So Leute, da ist mal wieder Portal 2, wieder beim Exit, wie vor zwei Parts oder so, hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Exit. Thanks for monitoring. Please return to your desk and wait for opportunities. Okay. Elevator, sir. Geh auf. Zoom-Ansicht. Äh, ach. Wow. Nein. Bitte. Bitte nicht. Oh nö. Was ist das? Ähm. Ähm. Muss ich mich da jetzt so hocharbeiten? So richtig asozial hocharbeiten? Also wenn es das ist, was ihr wollt, dann seid ihr doof. Was gibt es hier denn? Hallo Computer und so. Ähm. Ach man. Ach man. Das ist ja geile Arbeit. So. Und von hier. Na. Da. So. Bringt das uns was? Gucken wir mal. Ähm. Bringt uns das was? Gehen wir mal hier rum. Äh. Können wir da irgendwie... Aha. Ich glaube, ich weiß schon was. Wow. Jetzt versau's nicht. Gott. Oh Gott. Bringt es das jetzt schon was? Ich glaube, das wird nicht genug Speed sein. Doch. Ha. Oh Gott, wenn wir das... Nein. Denk nicht dran. Hm. Ich will das nicht alles nochmal laufen. So. Ach. Nicht erschloss. Was ist das? Okay. So. Und. Ähm. So. Nicht wahr? Irgendwie. Nein. Nein. Ähm. Halb? Nein, da müssen wir hin. So. So. Perfekt. Okay. Ach, das ist dämlich. Das ist einfach nur dämlich. Jump. Wo? Da hin. Okay. Da ist unser Portal. Und da müssen wir... Kommen wir aber nicht hin. Okay. Geht's denn nicht noch einen anderen? Da? Oder so? Können wir davon da so drauf wunden? Ja, das geht. Das läuft. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Ach Gott. Nochmal. 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 Das geht. Das geht. Wenn ich weiß, welche Richtung... Yes. Perfekt. Können wir hier raus, bitte? Ähm. Okay. Ach so wär das... Ja, okay. Ich glaub, es wär auch einfacher. Laden, laden, laden. Ich war so aufgeregt, sind wir eigentlich oben? Ich glaub noch nicht. Aber, mhm, whatever. Och. Aber das Kapitel heißt ja schon, das Wiedersehen. Das würde bedeuten, dass ich, äh, wieder nach oben komm... Naja, okay. Komische Tür. Äh. Ich weiß, es sieht fünster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Ach, ist aber nett, dass du rundest. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Förder. Okay. Bin ich dabei. So. Das da brauchen wir anscheinend. Und, äh, irgendwie... Ähm... 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 So. So. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt gerade Mr. Öder Turn übermach oder so. Oder ob das wirklich stimmt, aber... Äh, ich liebe auf Sachen rumzulaufen. In den Spielen seines Häuser oder... Okay, ich sehe schon, was wir machen müssen. Nein. Ähm... So. Whee! Okay. Und dann... Okay, dann brauchen wir blau. Wann nehmen wir die blau? Ich nehm die blau. Whee! Ups. Und... Blups. Perfekt. Und was hat das uns gebracht? Das guckt dann wie mal. Oha. Okay. Ich sehe hier nichts. Mhm. Mhm. Na klar. Äh. Ähm. Okay. Äh. Ich bin, äh... Sprachlos? Caution. Aha. Okay. Äh. Das sagt mir jetzt wenig, was wir hier machen müssen. Ich hab bloß das Gefühl, dass ich hier wieder runter muss und dann hier irgendwie hochspringen. Ich geh mal wieder runter. Das ist ja nicht so schwer, hier hochzukommen. So. Ähm. So. So. Aha. Ähm. So. Sweet. Perfekt. Und da gehen wir jetzt durch, damit wir weiterkommen. Yay. Und da ist schon wieder Wasser, das uns unser schönes Gel kaputt macht. Na prima. So. Ähm. Hm. Hier haben wir... Ach nein, das ist das da. Okay. Perfekt. Wo müssen wir hin? Wir müssen... Da hoch? Müssen wir da hoch? Nein. Hm. Wo müssen wir lang? Da irgendwo? Ich hab keinen Plan. Ah, da oben wahrscheinlich, da auf die Decke müssen wir. Ähm. Äh. Ah. Einen Moment. Einen Moment, einen Moment. Wenn wir jetzt das da hinzuhören machen... Nein, 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 nein. Das brauchen wir da. Genau, 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 genau. Wenn wir das da haben... Können wir mich noch ein bisschen weiter vorsetzen? Nein. Brauchen wir dich noch, wenn wir da so springen wollen? Brauchen wir Speed? Da hüpfen wir dann so rein? Okay, wir brauchen Speed. Speed, 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 Speed. Okay. Ähm. Okay, wir können das nicht groß benutzen. Aber... Was ist im Prinzip, wenn wir so machen? Bringt das was? Ähm. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Probieren wir es einfach mal. So. So. Da springt man ja gar nicht. Was ist denn das? Achso, ich muss ja selber springen. Okay. Und los. Okay, da brauchen wir das Portal. Gut zu wissen. Okay, das könnte klappen. Das könnte klappen. Hoffentlich klappt das. Ja. Nein, das wird nicht klappen. Ich hab kein... Nicht genug Speed dafür. Wir müssen das irgendwie noch speeden. Ach, ich. Ja, okay. Ähm. Ich volldap. Machen wir das doch ganz mal so. So. Nein, 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 nein. So. 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 He. 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 Und los. Nein, nicht springen. Nicht springen. Und anlauf. He. 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 Ähm. Ach, jetzt brauchen wir die Tinte da auch noch, oder was? Na Gottchen. Das klingt ja nicht so wunderschönisch. Ähm. Da. Und. Da. Schwupp. 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 Ah nein, das knallt ja jetzt dahin. Das bringt uns ja nichts. Ähm. Äh. Okay. Da können wir nicht hin. Gut. Wir müssen das ja irgendwie... Aha, ich weiß schon. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Äh, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wir brauchen das da. Ach, dann fliegt das Weiße dahin. Dann können wir das Blaue darunter. Perfekt. Ich bin ein Wahre Halt. Äh. Was denn jetzt? Das da, oder? Genau. Dann nehmen wir das Blaue. Nein. Ich, 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 ich. So. Blub, blub, blub. So. Und das blub, 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 blaue. Das müsste funktionieren. So. Resetten wir das mal wieder so. So. Nein, 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 nein. Wow. Und wo fliegt das hin? Okay, das ist cool. Okay. Äh, machen wir das so und... Spin. Ja. Ja. Und. Ja. Und. Ja. Voll durchs Kabel. Gut, dass Kabel keine Hallo. Schub. Schub, schub, schub. Hihi. Das, das geht ja super, ne? Oh mein Gott. Kranke Scheiße. Okay. Ähm. So, bitte. Oh mein Gott. Ich, ich. Wie rum? Was zum? Oh mein Gott. Ich, ich hab grad keine Ahnung. Wie? Wie rum ist das hier? Ah. Okay. Ich, ich versteh, glaub ich. Okay. Das ist verständlich. Was ist gerade? Das ist gerade, oder? Oh mein Gott. Das ist dämlich. Ähm. Nein. Egal, das ist, glaube ich, ziemlich egal. Äh, so lang. Was? Was, was? Ein Moment, wo bin ich hier? Wo bin ich? Ah, okay. Ah! Okay, ich weiß, wo ich bin. Also nein, ich weiß nicht, wo... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich weiß, dass ich hier oben bin. Das Spiel wird verwirrend, Leute. Ich, ich, ich. Oh Gott. Okay. Ähm. Schauen wir uns mal um. Da oben. Da oben. Oh Gott. Diese Räume sind zu groß. Und diese ganzen Rohre. Man blickt nicht durch. Ich hoffe, ich brauche die... Ah, da oben können wir hin. Schauen wir einfach mal, wo wir hinkommen, wenn wir da oben lang gehen. Vielleicht hilft das uns weiter, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht ist das einfach nur Pipapo und Popapi. So. Das sieht mir wieder sehr danach aus, runter zu springen. Genau. Ähm. Ja, ich denke schon, wie... So. So. Spam. So. Ja, hast du... Kannst du das mal ansehen? Know your paradoxes. Paradoxes. Keine KI kann Ihnen widerstehen. Aha. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Okay. Stand still. Remain calm. Scream. The statement is false. New mission. Refuse this mission. Does a set of all sets contain itself? Was? Aha. Das hier sind diese Roboter. Anscheinend will sie das mit. Was macht das? Hedge override. Ach, das öffnet das. Öffne mal. Hallo. Ich warte. Boah, das dauert ja ewig. Können ich ja noch Eis lotschen? Hallo? Klick, klick, klick. Kamer, klar, das wird kacke, wacke, wacke. Na, wird ja schwindelig. Ähm. Nein. Ähm. Muss man das jetzt verstehen, oder? Ähm. Okay. Aha. Fährt das dann auch wieder hoch? Springen wir einfach mal? Wir können ja so weit runterspringen. Ach ja, da habe ich auch ganz schön nett gelacht, als ich das gelesen habe. Äh. Mein, eines meiner Videos angeschaut. Ach, das geht ja automatisch. Das ist super. Eines meiner Videos angeschaut habe und ich da auf diesem Turm da war mit diesem Aufzug. Ähm. Und da hatte ich ja Angst runterzuspringen. Da habe ich nicht dran gedacht, dass wir vorhin wie viele Kilometer runtergefallen sind und überlebt haben. Also, da musste ich schon selber etwas schmunzeln, muss ich sagen. Wo sind wir hier? Hier ist es zu dunkel und da hinten gehen wir hoch. Okay, aber ich würde sagen, ähm, wir machen hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Da-daa.